Hallo, mein Name ist Markus Meier, ich bin 41 Jahre alt und ich bin Vespa-Abenteuerreisender. Derzeit befinde ich mich in der Mitte von Athen, vor einem großen Vespa-Laden, mit meiner treuen Gebärtin, Rosinante, angelehnt an das Buch von Don Quixote und ich bin bis jetzt seit 10 Tagen unterwegs, habe 5035 Kilometer und 17 Länder hinter mich gebracht, um beabsichtige noch einige mehr zu besuchen. Ich werde zum Schluss in 80 Tagen um die Welt fahren, drei Kontinente, 17 Länder und jede Menge Abenteuer. Wenn Sie ein Stückchen mitkommen wollen, lade ich Sie herzlich ein, teilen Sie ein Stück vom Weg, teilen Sie ein Stück vom Abenteuer, sehen Sie meine kleinen Nervenzusammenbrüche, kleine Pannen, Probleme, all das werde ich Ihnen auf dem Weg mitzeigen. Ich sehe euch da draußen, tschüss! Das ist ein Stückchen mit mir. Markus Maier, ich bin ein Stückchen mit mir. Das ist ein Stückchen mit mir. Der Röntgen ist, er er sich in der Mongolia. Der Röntgen ist, er er sich in der Vergangenheit. Auf Wiedersehen! Ich bin hier mit dem Torhüter Torhüter. Der Torhüter für Madrid. Mit dem Torhüter, mit dem Torhüter, mit dem Torhüter. Bravo! Hey, Marcos! 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 Hallo Leute, Marcos hier. Ich bin hier gerade in Madrid mit Michael von Alvivo. Ich wollte mich nur kurz bei euch bedanken. Bei allen, die da draußen sind, die an mich geglaubt haben. Ich habe gestern nach über 27.000 Kilometern und 17 Ländern meine Reise hier in Madrid am Kilometer Null beendet. Ich wollte Grüße schicken an meine Familie, meine Freunde, an die Sponsoren, speziell an Alvivo, die mich sehr unterstützt haben. Und nochmal dafür bedanken, dass ihr mich unterwegs mit euren Nachrichten begleitet habt und immer bei mir wart. Vielen, vielen Dank Leute. Ich sehe euch. Ciao! Das war es. Ich sehe euch. Ich sehe euch, mich Leute. Untertitelung des ZDF, 2020